ja servus leute der fränkische lustling der trennt sich von seinem UDS Ugly Drum Smoker wer den haben will der kann ich auch mal schreiben vielleicht findet ihr noch irgendwo was wie gesagt Ugly Drum Smoker ich zeichne euch jetzt gleich noch mal ich hoffe das war jetzt schon ein Telefonvideo da ist ein wenig so ein Thermomedia drin zwei Handteams sind auch vorhanden ein wenig Rostgläser halt inzwischen Wunden ja einlässe fürs Wasser um Auslass ein wenig so ein Schaden ist noch dabei ähm innen drin ist noch ähm von einer Waschmaschine eine Trommel und ja da Rost sehe ich da also wen haben will ne Bescheid geben der kriegten ne ich brauche ihn nicht mehr ich mache das alles mit einem Elfo Ego ja rühr euch